Viele Leute haben in die Kommentare geschrieben Hey Luca, ist ja schön und gut, dass du jeden zweiten Tag einen Vlog hochlädst Mach doch aber mal bitte wieder Gaming Und was wird da besser passen als Five Nights at Freddy's 2 Let's get this party started Ich gehe einfach mal auf Mute Call Die Sache ist bei Five Nights Ich habe jetzt schon Angst Gerade sieht hier allerdings alles noch relativ cool aus In Cam 09 ist auch noch jeder da Das heißt, wir chillen erstmal ein bisschen Ich hasse Horrorspiele wie die Pest Schauen wir mal hier, es ist so Nein, nein, nein Wo bist du, du kleine dreckige Hure Ah, wo wir, ah Okay, der ist zum Glück noch nicht ganz bei uns Also hier ist dieses komische Vier Erwärmen wir mal in Cam 09 Oh mein Gott, der zweite ist auch weg Mann, ich will nicht aus diesem Spiel rausgehen Please Ah Ich Ah, da ist jemand Ach du Scheiße Nein, geh weg Das ist doch nicht wahr, Leute Ich kann mir das doch nicht geben Guck mal, der ist ein Ehrenmann Der steht da die ganze Zeit rum Wenn ich auf diesem Spiel rausgehe Das ist nicht in Ruhe, ich habe dir nichts getan Ich habe dir nichts getan Ich werde dir nie was tun Ich habe dir nichts getan Ich werde dir nie was tun Ich werde jetzt noch nichts Fearuen